Manchmal glauben wir, eine starke Alternative zu sehen. Aber diese Alternative kann die Erwartungen nicht erfüllen. Deshalb ist es wichtig, eine Partei zu haben, die den Volksverrätern kompromisslos die Stirn bietet. Eine Partei, die sich konsequent für die Interessen unserer deutschen Landsleute einsetzt. Eine Partei, die den Gegner kennt, seine Schwachstellen nutzt und gezielt politische Veränderungen bewirken kann. Diese Partei ist die NPD. Bei dieser Wahl geht es erstmals seit der Wende nicht mehr nur darum, eine patriotische Oppositionspartei in den Landtag zu entsenden, die unangenehme Fragen stellt. Erstmalig besteht die realistische Chance auf einen echten und längst überfälligen Politikwechsel. Auf einen nationalen Klimawandel, der in Sachsen beginnt und auf das ganze Land übergreifen kann. Die NPD mit ihrer zehnjährigen Landtags-Erfahrung wird kompetent und ohne faule Kompromisse die Stimme erheben für deutsche Interessen. Das haben wir in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. Und so werden wir auch in Zukunft handeln. Am 1. September ihre Zweitstimme für die NPD. Lufagen und Kapitel Lufagen-Lefts Lufagen-Lefts Lufagen-Lefts